Moin! Hier wollen wir uns mal angucken, was eigentlich passiert, wenn wir an einer unbekannten Impedanz mit einem Oszilloskop den Spannungs- und Stromverlauf messen. Und dann möchten wir diese unbekannte Impedanz als Ersatzschaltbild darstellen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Also, wir haben hier eine unbekannte Impedanz und an der messen wir jetzt mal den Spannungsverlauf und den Stromverlauf mit einem Oszilloskop. So, hier in blau den Strom, der durch die Impedanz fließt und in rot die Spannung. Okay, da sehen wir dann schon mal, dass der Strom eine Amplitude von 2 Ampere hat und die Spannung hat eine Amplitude von 4 Volt. Und außerdem können wir hier schauen, dass eine Periodendauer offenbar 10 Millisekunden lang ist. Und das bedeutet, dass unsere sinusförmigen Kurven hier eine Frequenz haben von, das ist ja 1 geteilt durch die Periodendauer, also 1 durch 10 Millisekunden. Und das entspricht dann gerade 100 Hertz. Und ich schreibe auch schon mal hin, die Kreisfrequenz Omega, die ist ja 2 Pi mal f, also 2 Pi mal 100 Hertz. Okay, wir können außerdem noch messen, wie weit denn eigentlich diese beiden Sinuskurven auseinander gedriftet sind. Also quasi wie groß die Phasenverschiebung ist. Und da sehen wir, die sind gerade 2 Millisekunden auseinander. Um also die Phasenverschiebung auszurechnen, nehmen wir unseren zeitlichen Versatz, teilen durch die Periodendauer und multiplizieren nochmal mit 360 Grad. Und da kriegen wir dann raus, dass wir eine Phasenverschiebung von 72 Grad haben. Und jetzt möchte ich gerne unsere Spannung und unseren Strom schon mal durch komplexe Zeiger ausdrücken. Also wir haben dann doch für den Strom den Effektivwert Amplitude geteilt durch Wurzel 2. Und ich habe jetzt den Strom mal so definiert, dass das die Nullphase sein soll. Also wir orientieren uns an dem Strom. Und bei der Spannung ist es dann ja so, für den Effektivwert nehmen wir wieder Amplitude, teilen sie durch Wurzel 2. Und da nehmen wir jetzt E hoch J 72 Grad, um halt unsere Phasenverschiebung zu berücksichtigen. Und ganz wichtig hier nochmal, ich habe dazu auch noch ein anderes Video gemacht, das kann ich hier mal verlinken. Aber die Spannungskurve ist im Vergleich zur Stromkurve nach links verschoben. Und das heißt in der Formel, dass wir dann ein positives Vorzeichen da drin haben. So, ab jetzt möchte ich mal mit den komplexen Zeigern rechnen. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass wir Strom und Spannung so ausdrücken können und wir kennen auch unsere Kreisfrequenz. Wenn wir jetzt mal ein Zeigerbild davon malen, dann wäre also der Strom rein reell und die Spannung geht so mit dem 72 Grad Winkel nach oben weg. Gut, und jetzt wollen wir ein Ersatzschaltbild für dieses Verhalten finden. Hätten wir denn einen Phasenverschiebungswinkel von 90 Grad, dann wäre es ja eine Induktivität. Denn die Spannung eilt vor, das ist induktives Verhalten. Allerdings eilt sie hier jetzt nicht um 90 Grad vor, sondern nur um 72 Grad. Darum brauchen wir auch noch einen Ohmschen Anteil in unserer Impedanz. Und ich wähle jetzt mal ein simples Reihenersatzschaltbild. Da habe ich also jetzt einen Widerstand und eine Induktivität. Und die hat doch die Impedanz Widerstand plus J Omega L. Und diese Impedanz muss doch auch nach dem Ohmschen Gesetz Spannung geteilt durch Strom sein. Wenn ich da jetzt meine komplexen Werte einsetze, dann sieht das so aus. Und wenn ich das jetzt beides durcheinander teile, dann kriege ich da raus, das sind gerade 2 Ohm. Und der Winkel von dieser komplexen Zahl sind wieder 72 Grad. Okay, wir malen das mal auch als Zeigerbild auf. Also wir haben da jetzt eine Impedanz und die setzt sich zusammen aus dem reellen Anteil, das ist gerade unser Widerstand, und dem imaginären Anteil, das ist gerade der Anteil von unserer Induktivität. Und wenn wir da jetzt einen Koeffizientenvergleich durchführen, dann sehen wir doch, dass der Widerstand der Realteil ist. Und das kann ich ausrechnen, indem ich den Betrag nehme von meiner Impedanz und mit dem Kosinus von dem Phasenwinkel multipliziere. Und wenn ich die Zahlenwerte einsetze, dann kriege ich da 618 Milliohm raus. Und das Gleiche kann ich für meinen Imaginärteil machen. Also der Imaginärteil ist Omega L und da nehme ich jetzt den Betrag der Impedanz und multipliziere es mit dem Sinus von den 72 Grad. Naja, ich will ja aber das Bauelement selber haben, darum bringe ich das Omega nochmal auf die andere Seite rüber. Und wenn ich da jetzt die Zahlenwerte einsetze, dann kriege ich da raus, dass die Induktivität 3 Millihenri sein muss. Und jetzt haben wir es geschafft, ein Ersatzschaltbild zu finden, das sich genauso verhält wie unsere unbekannte Originalimpedanz. Naja, ich hätte doch aber auch am Anfang sagen können, wir haben ohmsch induktives Verhalten, ich nehme einfach mal ein Parallelersatzschaltbild. Das funktioniert genauso. Schauen wir uns mal an. Wenn das jetzt so parallel geschaltet ist, dann bietet es sich an, mit der Admittanz zu rechnen, also mit dem Leitwert, dem komplexen Leitwert. Den kann ich also so aufschreiben. Damit das ein bisschen übersichtlicher ist, bringe ich beim Imaginärteil nochmal das J nach oben. Dadurch dreht sich da das Vorzeichen vor dem zweiten Bruch. Und jetzt wende ich nochmal das Ohmsche Gesetz an. Und das ist dann ja bei der Admittanz der Strom geteilt durch die Spannung. Da kann ich die Werte von oben nehmen. Und da kriege ich also raus, ich habe jetzt hier einen halben Siemens. Und der Phasenwinkel ist jetzt minus 72 Grad. Okay, wir machen wieder unseren Koeffizientenvergleich. Das heißt also, 1 durch rp ist jetzt ein halber Siemens mal Cosinus minus 72 Grad. Und das stelle ich dann um nach rp. Und wenn ich die Zahlenwerte einsetze, kriege ich dieses Mal 6,47 Ohm raus. Das gleiche machen wir jetzt mal mit dem Imaginärteil. Und das stellen wir jetzt nach lp um. Kriegen hier diesen Ausdruck. Und es wundert euch vielleicht, wieso der Ausdruck denn jetzt ein negatives Vorzeichen hat. Das ist einfach, weil ich nichts unter den Tisch fallen lassen wollte. Und das negative Vorzeichen hebt sich dadurch auf, dass wir hier jetzt ein Sinus von einem negativen Winkel haben. Und der wird halt auch negativ und dann kommen wir wieder auf eine positive Zahl. Und hier sehen wir also, unsere parallel geschaltete Induktivität ist 3,35 mH groß. Und auch diese Ersatzschaltung hier verhält sich ganz genauso wie die Originalimpedanz. Und hier sehen wir uns.